Angreifer aus einem fremden Land haben uns überfallen und besiegt. Sie haben sich zu den überlegenden Herrschern auf Lebenszeiter kohlen und wir müssen uns ihnen nun unterwerfen. Sie haben Krankheiten eingeschleppt, die zu Mutationen geführt haben. Die Eroberer haben uns auseinandergerissen, unsere Kinder von ihren Eltern getrennt. Sie haben uns mit Gewalt dazu gezwungen, uns gegenseitig zu hassen und zu vernichten. Aber wir, wir werden nie aufhören. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit, unsere Gleichberechtigung und für unser Land. Denn wir sind das Volk und das Volk ist mächtig.